Wir müssen ein neues System herausbilden, das die Harmonie mit der Natur und zwischen den Menschen wiederherstellt. Gleichgewicht mit der Natur kann es nur geben, wenn es Gerechtigkeit zwischen den Menschen gibt. Um dem Klimawandel untergegenzutreten, müssen wir die Müttererde als Quelle des Lebens anerkennen und ein neues System herausbilden, das sich auf die Prinzipien gründet. Harmonie und Gleichgewicht unter allen und mit allen. Komplementarität, Solidarität und Gleichheit. Kollektives Wohlergehen und Befriedigung der Grundbedürfnisse, alle in Harmonie mit der Müttererde. Entschuldigung, wenn ich nicht so richtig auf Deutsch spreche, also in meinem Land, wir sprechen aus spanisch, aber nicht. Danke. Anerkennung des Menschen für das, was er ist und nicht für das, was er hat. Beseitigung jeder Form von Kolonialismus, Imperialismus und Interventionismus. Frieden zwischen den Völkern und mit der Müttererde. Deshalb schlagen wir die beigefügte allgemeine Erklärung der Rechte der Müttererde vor, in der ihr zugesichert werden. Das Recht auf Leben und Existenz, das Recht respektiert zu werden, das Recht auf Vorsitzung ihrer Zyklen und Lebensprozesse frei von menschlichen Eingriffen. Das Recht auf Erhaltung ihrer Identität und Integrität als Gesamtheit, unterschiedlicher, selbstregulierter und untereinander in Beziehung bestehender Wesen. Das Recht auf Wasser als Lebensquelle, das Recht auf saubere Luft, das Recht auf integrale Gesundheit. Das Recht frei von Kontamination und Verschmutzung von giftigen und radioaktiven Abfällen zu sein. Die übereinstimmende Vorstellung ist, die Konzentration von Treibhausgasen zu stabilisieren, um den Artikel 2 der Rahmenübereinkunft der Vereinten Nationen über Klimaveränderungen zur Anwendung zu bringen, der die Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf einem Niveau, auf dem eine gefährliche, anthropogene Störung des Klimasystems verhindert wird, verstehen. Unsere Vorstellung ist, auf der Basis des Prinzips der gemeinsamen, aber differenzierten historischen Verantwortung zu fördern, dass die entwickelten Länder sich zu quantifizierten Zielen der Reduzierung von Emissionen verpflichten, die es ermöglichen, die Konzentration von Treibhausgassen in der Atmosphäre auf 300 ppm zurückzuführen und so den globalen Temperatureinsteig auf maximal 1 Grad Celsius zu begrenzen. Der Kohlenstoffhandel hat sich in ein lukratives Geschäft verwandelt. Er vermarktet unsere Mutter Erde. Er stellt keine Alternative dar, um den Klimawandel zu, da er die Erde, das Wasser und sogar das Leben selbst ausplündert und verwüstet. Die Zukunft der Menschheit ist in Gefahr. Und wir können nicht akzeptieren, dass eine Gruppe von regierenden, entwickelten Ländern für alle Länder entscheiden wollen, so wie es erfolglos auf der Konferenz der Teilnehmerstaaten in Kopenhagen versucht haben. Diese Entscheidung kommt uns alle Völker zu. Um unser internationales Auftreten zu koordinieren und die Zielstellungen dieses Abkommens der Völker umzusetzen, rufen wir dazu auf, eine Weltbewegung der Völker für die Mütter Erde aufzubauen, die sich auf die Prinzipien der Komplementarität und der Achtung der Verschiedenartigkeit des Ursprungs und der Sichtweisen ihrer Mitglieder stützen soll und sich als ein weiterer und demokratischer Raum der Koordinierung und Verwindung von Aktionen auf Weltebene konstituiert. Vielen Dank für Ihre Zeit.